Herzlich Willkommen in der Kreisverwaltung Offenbach. Hier werden Führerscheine ausgestellt, Fahrzeuge angemeldet, BAföG-Anträge bearbeitet und Baugenehmigungen erteilt. Ausbildung hier ist pure Vielfalt und eine echt runde Sache. Überzeugt euch selbst! Ich finde es sehr ansprechend, dass man viel Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern hat und dass die Übernahmechancen sehr hoch sind. Zudem bietet der Kreis Offenbach gute Weiterbildungsmöglichkeiten an. Bei uns wird dir garantiert nicht langweilig. Nicht nur, dass du jede drei Monate die Abteilung wechselst, hier lernst du flexibel zu sein, du bekommst Abwechslung und Menschenkenntnis. Musik Die Inspektorenausbildung hier im Haus ist grundsätzlich eher was Juristisches, aber auch eigentlich sehr praxisnah, weil je nach Abteilung hat man viel mit Bürgern zu tun und das macht mir persönlich sehr viel Spaß und ich bin gerne hier. Das duale Studium ermöglicht es mir, meine in der Uni erworbenen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen und durch sie einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen im Kreis Offenbach zu nehmen. Mein Name ist Oliver Quilling, ich bin der Landrat des Kreis Offenbach und als Landrat gleichzeitig Personalchef. Wir suchen bei uns im Kreis Offenbach für die Zukunft unseres Kreises engagierten kompetenten Nachwuchs. Ich kann Ihnen versichern, Ausbildung bei dem Kreis Offenbach ist eine runde Sache.